Also da musst du noch mal rübergucken. Ja, bestimmt, dass du es jetzt irgendwie kaputt gemacht hast. Hast du aber wie ein Redstone im Schirm? Nö. Bestimmt seit unserer Diskussion da. In dem Moment, wo wir da waren. Wo du gesagt hast, ja, du kannst eine andere Clock machen. Bestimmt, dass da irgendwie das Netz ist, deswegen kaputt gegangen. Ja, ja. Oder seitdem, oder? Keine Ahnung. Ich hab den seitdem nicht mehr benutzt, ist das Problem. Also, wer ist am nahesten liebendsten für mich? Ich fühl übrigens immer noch ein paar Kühle, ne? Aber ich bin schon relativ nah. Ich bin gleich bei 1013 bei X und minus 500 bei Z. Aber ich erkenn die Landschaft wieder. Das ist ein Gut. Ich bin gerade links ungefähr vom Hotel. Bei diesen riesigen Bergen da mit dem Wasser und alles und diesen Steinen da. Und dieses Gras, ne? Hm. Ich weiß nicht, wo du meinst, aber... Ja, links vom Hotel. So recht. Obwohl, nee, ich bin hinter dem Hotel. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss hier auch auf vegetarisches Vermahe umsteigen. Warum? Weil ich hab nur noch 5 Hähnchen. Ich hab noch Karotten in der Essenskiste. Können sofort rein. Oh, du könntest mal schauen, wie weit der Erntetower ist. Was meinst du, was ich gerade mach? Also, es sieht immer noch scheiße aus. Von innen. Aber solange es funktioniert, ist mir egal. Ach, du hast ja auch eine Netawarzenfarm? Ja, aber nur eine Etage. Reicht ja auch. Kriegt man mehr als genug raus. So viele Tränke werde ich niemals machen. Drei Chimmelkartoffeln, paar Seeds, 5 Annettewarzen. Ja, die Sachen da oben lässt du bitte drin. Die brauche ich zum Neuanpflanzen. Die Gammelkartoffeln. Ja, die bleiben da drin. Die sind Deko. Quotengammelkartoffeln. Nee, die sollen da bleiben, weil sie keine normalen Kartoffeln geworden sind. Ewiges Domizil quasi. In der Kiste. Aha. In der Kiste der Schande. Ähm, dann sind ja die anderen Materialien da auch Schande. Nee, nur die Kartoffeln. Der eine Fleck da, ne? Der eine Kasten. Nur der Kasten, wo die Kartoffeln drin sind. Komm, Lukaku. Oh. Jetzt hat er sich geportet. Geil. T-T-T-Teleport. Ja, Krum. Kommt, schön, brav, hier rein. Bitte einzeln und nicht alle acht auf einmal. Ja. Acht. Nee, ist nur eine. Es sind nur zwei. Vielleicht kann ich die auch irgendwie wieder losbinden. Ja, kann ich. So. Jetzt erstmal vermehren lassen, ne? Jetzt erstmal schlafen gehen. Nicht vermehren lassen? Ja, danach vermehren lassen. Kannst auch jetzt nicht vermehren lassen. Erstmal schlafen gehen. Sonst nehm ich dich an der Leine. Schade, geht nicht. Hab ich die gerade gegrittet? Ja, geht. Und? Oh, ich schlaf hier drin. In dem Büro-Stimmer. Und in der Zeit trinke ich mal was. Viel Erfolg. Ich muss mir immer noch ein Glas entstellen. Jetzt trinkt der auch was. Ere eventuell vorteilhaft. Müssen wir nicht die ganze Zeit die Flasche auf und zu machen. Ah, dann wird aus Kohlensäure halt den Getränken die Kohlensäure entweichen. Ja, nämlich Eistee. Wozu hast du jetzt nochmal die weiße Wolle gefarmt? Für meine Bibliothek. Ach, machst du da einen weißen Teppich draus rein, oder wie? Ja. Ich hab da schon voll die Planung. Ach, echt? Nein. Na so. Was hast du denn jetzt genommen? Karotten? Ähm. Wo kommen die Kobolds her auf einmal hier? Hast du die reingeschmissen, oder wie? Magie. Ey, nicht, dass ich schon wieder Sachen glitsche, ey. Nein, die hab ich doch reingetan. Aber sag's doch so, drüber bestellen würdest du dich nicht, oder? Doch. Wieso? Probablyst du uns. Ähm. Free Cleanstones ohne Farben. Es hätten auch Diamanten sein können. Denk ich mir dann immer die ganze Zeit. Na ja, musst du mich mal anpassen und mit die Wand allein lassen, dann krieg ich dir auch geglischt. Oh, Mann. Alter, setzt du die Blume da wieder an. Böse Eisenblö... Eisen. Böses Eisen. Du siehst mich nicht. Geh weiter. Ich bin ein Ninja. Ich hab Finta eingesetzt, Mann. Ich bin doch ganz woanders. Finta hat bloß... Hat 100% Trefferchance. Das war's dann auch. Ja, siehst du das. Also ich treff dich beim nächsten Mal definitiv. Schockfüllt! Hier. Nun geht hin und mehret euch. Auch ihr Schafe. Mein Gott, das ist doch ein Blau. Alter. Raping-Tal. Oh nein. Scheinig-Dyke, was hast du getan? Ey. Oh, ich bin da über 15. Das Level-Abgeräusch ist übrigens kürzer. Und dieses... Ist noch... Bidim. Du musst schon ein bisschen aufladen. Wuhu! Dann halt so. So. Brrrr. Rrrr. Brauner. Oh, Moment. Der ist nicht braun. Kann ich euch auch scheren? Oh, Schal. Oh, oh, ich hab keinen Cheetah-Move gemacht. Cheetah-Move. Äh, ich bin vom Pferd abgestiegen und war außerhalb des Sounds. Cheetah. Hex. Reported. Oh. Vorhin, ne? Dieser Bullet. Also. Der uns für alles reporten wollte. Ja, bei Call of Duty. Ja, reported. Scheiß Wix-Clan. Warum, immer? Ja, gut. Mit seiner KD von 7 zu 10, ne? Kann man ruhig... Jetzt sag mal so. Ich hab ihn einmal ein bisschen auf Distance weggesniped. Der hatte keinen Assassin dran. Womit? Weggesniped. Äh, M16. Oh, so. Da hat der nur ganz leicht hinter der Wand hervorgeguckt. Und ich hab... Wie gesagt, kein Assassin. Ich hab mit meiner Kimbo-Waffen immer gefickt. Und ich hab Marksmen drin. Also. Erkennt's. Ihr seht schön lange die Namen. Und schön weit. Ich find das eigentlich relativ nutzlos. Was ist denn... Äh, was passiert, wenn's pro ist? Ähm. Länger... Längerdorf dran halten. Und snipen. Ah, das ist gut fürs Snipen. Ja, ist... Auf, das hat... Also, Fernkämpfe. Wollten wir ja sowieso nochmal machen. Auch wenn wir schlecht sind. Beide. Was? Immer ne Runde snipen. Das willst du. Ja, aber ich mein... Wär doch geil. Mal so ne Runde snipen. Nur wir beide. Ich könnte auch mal Ben anlassen. Nee. Wir beide. Nicht Ben. Also Ben ist Kumpel von ihm. Für die, die... Roten Wissen sind. Es ist der... Sie... Äh, wie heißt er nochmal bei YouTube? Ähm, Atomic Pain. Genau. Kann man bei DayZ unterm Video gucken. Beim... Zweiten Part. War das nicht der erste? Ja, beim ersten oder zweiten Part, da... Das war der erste. Der war... Das war der erste. Achso. Da hab ich auch mit Red angefangen. Das war im ersten? Ich glaube, das war im zweiten. Das war im ersten. Und dann hast du gesagt, von wegen niemanden kennt die Story. Ja, dann doch. Ich kenn sie. Er kennt sie halt auch. Weil er ist... Weil wir es ihm erzählt haben. Ich brauch da hinten nämlich unbedingt hohes Gras für die kleinen Babyschafe. Für die kleinen Babyschafe. Ja, weil... Je mehr die fressen, umso schneller wachsen sie. Und je mehr Gras da ist, zum Fressen, umso mehr fressen die davon. Also brauchst du Bone Meal. Da hab ich... Ich hab Knochen on Mass. Oh, ich seh's gerade. Ich hab übrigens Bone Meal dabei. Ich seh's ja gerade. Achso. Ich dachte, du bist so im Lager. Ich hab auch nur einen Stack mitgenommen, aber... Macht ja nix. Gut, dass ich Blumen wegschlagen und genau... Immer wieder eine Blume kommt. Boah, wie schnell... Wie viel die aber auch fressen, ne? Unglaublich. Ups. Nein, Browner. Tut mir leid. Tut mir leid, Browner. Geh zurück zu Castlevania. Na, der ist anders geschrieben. Leere Hand. Ich hab keine Leere. Ey. Browner, ruhig. Wow. Wow. Ey. Ey, schreit dir bloß e-ponefix zu. Wow. Dann brauchst du noch einen Nebenpläts für die, ne? Ja, ja. Schäle ich mir schnell. Wow. Alter. Der geht voll ab. Gehörst du jetzt mir? Ne, ich kann dich nicht lenken. Ähm. Dings hier hat ein paar mehr Hells, mehr Hells als Dings. Du siehst Herzen? Ja. Warum seh ich den? Ne, rechts nimm deine Anzeige. Hab ich nix. Also nimm deine Live-Anzeige. Ne, hab ich nix. Dann müsstest du eigentlich... Oh, hast du ein Texture-Pack? Ja. Soll ich mal ausmachen? Ja. Das heißt nicht mehr Texture-Pack. Das heißt Resource-Pack. Oh, jetzt ist es. Nightmare ist ja auch nicht zugeritten. Nö. Ist Brauner jetzt zugeritten oder nicht? Stimmt, das... Alter, Brauner hat eine ganze Leiste und drei Herzen. Also... 13 Herzen. Bist du jetzt zugeritten oder nicht? Ja, der ist ja zugeritten. Wuhu. Und die Pona ist auch? Die Pona auch zugeritten? Jedenfalls bei mir ist sie zugeritten. Ich hab jedenfalls von Herzen gesehen. Ja, also Hells hat angezeigt. Scheinlich liked. Ist sowieso schon ein bisschen verletzt. Oh nein. Kannst du vielleicht auch irgendwie heilen? Ja, mit Strohbein. Oh, White hat da ziemlich wenig Health. Wie viel? Acht. Oh, Herze. Oho. Soll ich dich im Mull? Ich mach wieder mein Resource-Pack an. Mein Elemental Essenz. So, jetzt ist schon fast eine Stunde rum und wir haben nichts gemacht. Doch, so viel. Na gut, ich hab jetzt Kühe. Und die Zimmer sind fertig. So weit jedenfalls erstmal bis jetzt. Ich würde auch sagen, dass wir gleich Schluss machen. Mein Zimmer wird gerade unermesslich heiß ohne Venti. Tator. Äh, was soll ich sagen? Ne, bei mir kühlt sie sogar ab. Und das Fenster offen, oder? Ja. Ja, ich nicht. Weil Insekten sind. Sehr weit kühlt. Auch wenn ich so ein Blech vor meinen Fenstern habe, wie es hier in der Schweiz irgendwie so üblich ist anscheinend. Aber in den Lücken, zwischen den Lücken kommen trotzdem immer noch Dings raus. Da rein, die Insekten. Deine Leidmacht hat mich hier wohl zu mögen. Oder so ein R. Süß dir aus. Beid geschlechtlich. Übrigens, ähm... Ich hab hier noch Seil. So. Da läuft sie nicht. Was sind die Seile eigentlich? Äh, wenn du sie abschlickst, sind sie wieder da. Hast du da auch mal eins mit? Ja, klar. Jihah. Jetzt müsstest du bloß noch ein Dings geben hier. So. Kannst ruhig absteigen. Also, hier ein Mod oder so. Wo man sich hier aus... To halt hier so einen Cowboy-Hit machen kann, weißt? Achso. Du hast hier so einen Cowboy-Hit. Jihah. Und dann kann man doch so... Äh... Es gibt einen Bonus von 10% Reiten. Genau, so mit Z-Boni und alles. Genau. Und Diamant-Rüstung plus 30 Rüstung. Plus 5 Leben. Äh, übrigens... Das Heil-System ist ein bisschen überarbeitet worden, ne? Wenn du verletzt bist, verbrauchst du automatisch Hungerkeulen. Um nicht zu heilen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel ein Herz verloren hast, wird dir eine ganze Hungerkeule verbrochen, um es wieder aufzuhalten. Yay. Beste. Was wollte ich denn hier? Keine Ahnung. Wolle fest dauernd? Äh, nee. Hä? I don't knuff. I don't knuff. Irgendwas wollte ich hier. I don't know. Das SSZ. Was wollte ich hier? Hä? Äh, öh, öh? Du bist ein Arschloch. Das hast du schon mit dem Lapislazuli damals gemacht. Hä? Ein gemein, oder nicht? Nicht mit dem Lapislazuli! Ma! Ich wollte irgendwas holen. Hä? Wie war denn das jetzt? Achso. So. Ah ja, ich wollte... Ah, genau, genau. Ich wollte, äh... Ich weiß nicht. Ähm... Ach da. Hab sie schon. Musste man das jetzt wieder mit Goldbarren machen oder auch mit Goldnackens? I don't knuff. I don't knuff. You don't knuff. Again. So, Apfel. Nee, muss man wieder mit Barren machen. Boah, wir hätten es nicht. Machen wir uns zwei Goldäpfel und... Lassen wir unsere Pferde poppen. Yay. Was kommt dabei raus? Ein Schimmel oder was? Ja, du. Oh, wir sollten erst mal pennen gehen. Ey, sag mal so. Ich bin nicht so wie die meisten COD-Spiele. Ey, ich bewege mich immerhin auf der Map. Oh, hier ist... Mein Gott, da ist gar kein Bett drin. Hier auch nicht. Oh, Mann. Ja, in irgendeinem roten Zimmer hier oben war, aber Bett drin. Achso. Vielleicht hier. Richtig. So, gute Nacht. Ich auch schon. So. TZT. Ich habe keinen TZT. Tut mir leid. Ich habe nur TNT. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ruße, Abrufs. Was? Ha! Willi! Was geht? Aua. Hält er dir! Alter, wie das aussah. Ich drehe mich so ganz langsam. Oh, und er steht da ein. Ich habe Eier. Ich habe einen Ball. So, Sekunde. Du wolltest... Ihr wolltet doch die haben, ne? Ja. So, heißt es mal. Findet die Liebe. Oh, weißt du, es ist mal rausgekommen. Ja, geil. So. Ich bind dich hier an. Du wirst für immer hier bleiben. Kann ich mich eigentlich... Oh, ich denke mal, Frau, du könntest so ein kleines Pony reiten. Nee, geht nicht. Jeha. Oh, Moment, ich sollte vielleicht ein bisschen... Habe ich noch Weizenbein? Nee. Weizen? Ja, ich muss mal meinen Shining Heart hier heilen. Strohbein macht man aus 3x3 Weizen. Habe ich auch gesagt. Dann mache ich gleich nochmal und schaue, ob ich deins heilen muss. Oder so. Nö, hat einen voller Herzen. Ja, ich sehe es nicht. Wegen meinem Texture-Pack aus Gründen. So, ist eigentlich für die 1,6,1 oder so. It's some kind of magic. Kann man 64 durch 9 teilen? Nein. Muss man rechnen. Nee. 62 durch 9 geht. Stimmt. War hier genau einen übrig. Kann man die setzen? Lol. Kann man die auch abbauen? Geil. Geht das geil? Lol. Hä? Say what? Da kann man geile Scheunen bauen. Äppisch. Superheftsch. Warum ist die Tür offen? Ähm. Achso. Ich rät dich. Wanted killed. Kann man die eigentlich jetzt auch umbauen, die Pferde? Hallo? Ja, kann man auch. Möchtest du hier essen? Hallo? Hast du Hunger? Pflop einfach drauf. Hallo? Möchtest du hier? Guck mal lecker. Dein Pferd hat sie im Boden. Bei mir nicht. Bei mir. Hm. Keine Ahnung. Da kann die glaube ich auch nicht schlagen, wenn man drauf ist, ne? Nee. Kann man die allgemein schlagen? Ah ja, kann man. Hey, hey, hey. Lauf, Shining Hard. Gut, dass es keinen Schaden gemacht hat. Nicht? Dann hat es zu wenig Schaden gemacht. Wooo. So richtig. Wow. Ich steige erst mal ab. Möchtest du? Nee. Weißt du, was ich mal mache? Den hier. Fahrt zur Ruhe haben. Da müsstest du hier noch so einen Trog einbauen, weißt. Ach so, das ist so den Boden eigentlich. Was ein paar Cauldrons. Also hier halt, Dings. Das was zum Trinken haben. Ja, sieht man eigentlich, wenn Herz leer wäre. Bei den Charge. Keine Ahnung. Wollen wir das ausprobieren? Ja, dann, dann braun. Ja, man sieht's. Okay. Schnell, führe ihn zu diesem Zeug. Geht nicht. Kein Sattel drauf. Dann geh runter. Steuerung. Oder gib mir doch mal einen weißen Ballen da. Papai. Hat das hier ihm geheilt, oder? Nö. Das ist der Mulver ihm irgendwie auf. Eigentlich sollen die sich damit heilen. Hm. Verstehe ich nicht. Dann setze ich... Ah! Oh. Man muss absteigen? Dann rechtsklicken. Mit dem so einen Ball in der Hand. Ach so. Hä? Hat Shining Liked voll? Ja. 13. Hat aber mehrmals Schaden geprägt. Falschaden geprägt. Zu wenig. Ist Brauna auch voll? Also ich kann dir nichts geben. Jo, ist voll. Ähm. Oh, das klang nicht gesund. Dann mach ich das so und dann... Dann mach ich so eine Brrrr. Los, jetzt hier. Brauna hat ein halbes Erklahn bekommen. Weil ich nicht mal geschlagen hab. Du wolltest auch mal ausprobieren. Hab ich. Ist full. So, dann würde ich sagen, wenn ich mal die Aufnahme, ne? Ähm. Ja, den hab ich da weggeschlagen. Hätte ich oben weggenommen hätte, werden die draus gehüpft. Ist da aber trotzdem komisch aus. So, dann würde ich mir das halt im Grunde sagen. So, dann würde ich sagen, sind wir zum nächsten Part. Wenn ich mir mal überlegt hab, was ich bauen werde. Richtig. Tschö. Ja, tschö. Tschö. Tschö.